Hier ist Fury. Ich brauche einen Spezialagenten für eine wichtige Mission. S.H.I.E.L.D. hat tausende seiner Leute auf der Welt im Einsatz. Jeder von ihnen hat seine eigenen Fähigkeiten und Ausbildung. Aber um sich dieser Aufgabe zu stellen, kommt nur ein Held in Frage. Black Panther. Richtiger Name, König T'Challa. Lade Herkunft. Als König des mysteriösen und hochentwickelten afrikanischen Staates, Wakanda trägt T'Challa die Kleidung seines mutigsten und furchtlosesten Kämpfers. Black Panther. Lade Kräfte. Er hat Krallen, die sogar durch außerirdisches Material schneiden, als wäre es aus Blech. Sein Anzug aus Vibraniumgewebe absorbiert Energie und sei auf der Hut, wenn er seine Energiedolche wirft. Lade Kräfte-Tabellen. Sieht aus, als wäre Black Panther ideal für Missionen, bei denen Tarnung und Strategie gefragt sind. Wieso kennst du dich so gut mit meinem System aus? Hab mich damit beschäftigt. Intensiv. Er ist nicht nur ein meisterhafter Stratege, sondern besitzt Technologie, die sich mit der von Tony Stark messen kann. Schon gut, ich geb's zu. Wer es auch sein mag, seine Technologie ist ganz anständig. Lade Lebenslauf. Am Anfang arbeitete Black Panther lieber allein. Diese Last muss ich ganz alleine tragen. Das änderte sich, als Hydra in Wakanda einmarschierte auf der Suche nach Wakandas wichtigster Ressource. Vibranium. Jahrhundertelang haben wir sie gegen alle verteidigt, die sie ausbeuten wollten. Dieses seltene Metall besitzt die Eigenschaft, Energie zu absorbieren. Je mehr Energie es aufnimmt, desto härter wird es. T'Challa durfte auf keinen Fall zulassen, dass die Kraft des Vibraniums Hydra in die Hände fällt. Und so kam er zu den Avengers. Ich brauche eure Hilfe. Ich weiß nur eins, dieser Mann in Schwarz rettete mein Leben. Er ist ein Verbündeter. Zusammen schlugen sie Hydra zurück und befreiten Wakanda. T'Challa! T'Challa! An diesem Tag schwor sich Black Panther etwas. Ich werde an der Seite unserer neuen Verbündeten kämpfen. Und trat den Avengers bei. Willkommen an Bord. La, der Zusammenfassung. Wenn du denkst, König eines Landes zu sein ist schwer, versuch's mal als Avenger. Hawkeye! Black Panther hat öfter geholfen, die Welt zu retten, als ich zählen kann. Also los, Superschurken! Rennt weg! Versteckt euch! Sogar im weiten Universum wird Black Panther Jagd auf euch machen. Und wenn er euch hat, tut euch einen Gefallen und gebt ohne Zögern auf. Black Panther, fordere dich heraus! Black Panther hat das Zeug dazu, diese Mission zu erfüllen. Held bestätigt! Los, holen sie mir, Fury Ender!